Hallo Leute! Willkommen wieder hier in ROARBUS bei Wrestling Switzerland und zwar heute haben wir Winter Struggle 2023 die erste Veranstaltung in diesem Jahr und ich habe Jason Sanders an meiner Seite. Jason, was erwartet uns eigentlich heute? Servus Simi, ja was erwartet uns heute? Das erste und die größte Frage heute ist, wird Skyrim seinen Rematch bekommen, wird ihn er ausfordern oder wird sogar Byron Sanders seine letztmalig verdiente Chance um den WS Championship Titel real werden lassen oder was auch immer, wird Tracy Winders zurückkommen, wir wissen es nicht, aber sicher ist, es wird spannend werden heute. Ja, deswegen Leute dranbleiben und euch überraschen lassen und ich würde sagen, viel Spaß! Ja, immer wieder, wir sitzen jetzt hier, noch was ich. Bist du Hungarianst, dass ich vrange, dass wir im Amix march auf. Ja, aber ich weiß nicht. Wie ist es jetzt? Und wir sprechen jetzt, wir kommen mit denen? Ja, wir sprechen jetzt. Ja, wir sprechen jetzt, es ist ein bisschen Dank. In dieên ich jetzt noch nicht, in das ganze Zeit ist es nicht mehr sobald. In die Zukunft, wie es angeht, mit denen wir uns vorabkommen? Vielen Dank. Wir sprechen zum Beispiel. Jetzt waren die Schlörbsteiger. Wie ist es? Untertitelung. BR 2018 Willkommen zu Rindle Struggle. Jetzt am Anfang. Am Anfang haben wir eine sehr gute Spitze. Ich stelle euch jetzt eine Frage. Und die müssen wir alle währenddaten. Was sind wir? Wir jetzt. Genau. Also, was sind wir? Wir jetzt. Also, eins, zwei, drei. Was sind wir? Wir! Was sind wir? Wir! Genau. Es gibt einen Nachbruch nach der Pause. Gut. Wenn wir mit der Show starten, zuerst einmal noch einen grossen Dank an unsere Sponsoren, an die SF Facility Service, an die Frau Manufaktur Schlachthaus und an das Gasthaus Rösli in Martalen. doch, ihr wollt wahrscheinlich nicht mich da rein sehen, sondern ihr wollt anständige Kämpfe da rein sehen. Und darum kommen wir auch schon zum ersten Kampf. Und begrüssen wir als erstes aus Kloten mit 1,73m und 8kg Sexmaschine und Publikumsliebli Brian! Anzeilen von �are 45 An thisen An 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 Der erste Kontrahent kommt aus Oslo-Norwegen mit 1,84m und 84kg. Halftan Sigurdsson! Servus und Grüezi von meiner Seite! Hier sehen wir schon Halftan Sigurdsson zum Ring kommen. Der Mann aus Norwegen. Ja, man muss auch sagen, der Mann darf leider auch nicht mehr nach Norwegen zurück. Denn es soll ja im Gefängnis gewesen sein. Aber was er begangen hat? Hm, das sind noch Geheimnisse. Werden wir die noch erfahren? Dann müssen wir mal schauen. Ja, ein paar Fans hat Halftan Sigurdsson schon. Ja, ein Zungenbrecher, wie ihr schon merkt. Aber gleich nach so einer mysteriösen Melodie werden wir gleich ein bisschen Happiness sehen. Ja, da kündigt es Jason Sanders an. Beachboy Bernhard ist sein Gegner. Ja, und da kommt jetzt auch etwas Stimmung auch in diesem Match hinein. Und da ist er, Beachboy Bernhard. Ja, er ist noch bei seinen Anfängen. Heute sein zweites Match, auf das er sich natürlich auch vorbereiten kann. Denn, wie ihr wisst, bei der letzten Veranstaltung war er ja der Überraschungsgegner. Und zwar von War Child Saga. Ja, und jetzt müssen wir mal schauen, wie sich Beachboy Bernhard in diesem Match schlagen wird. Denn, wie gesagt, er ist ja noch ziemlich neu in diesem Business. Ja, da ist jetzt auch die Frage, are you ready? Aber da kommt nichts von Halftan Sigurdsson. Aber zeigen wir sich, sprechen schon Bände. Und, ja, das Publikum wird natürlich animiert von Beachboy Bernhard. Hat auch hier seine Fans. Ja, jetzt kommt erstmal das Kräftemessen zwischen beiden Wrestling. Aber Beachboy Bernhard hat Sigurdsson schon gleich im Griff. Ja, aber da befreit sich schon Halftan Sigurdsson mit Elbows. Ja, wird sich da Beachboy Bernhard. Ja, er kann sich befreien. Ja, kann er natürlich auch. Und der Konter. Und er schickt ihn auf die Matte. Aber es ist noch ziemlich früh in diesem Match. Er setzt gleich nach. Oh, kommt jetzt das Cover? Das Cover kommt! Und... Aber da kann sich Halftan Sigurdsson noch an den Seilen retten. Jetzt hier der Whip in. Schulterblock. Aber... Sigurdsson bleibt noch stehen. Noch ein Whip in von Beachboy Bernhard. Ein Handstand und der Elbow hinterher. Dropkick! Und da muss Halftan Sigurdsson schon aus dem Ring. Ja, mit dem hat er wohl nicht gerechnet. Aber sehr schön gemacht von Beachboy Bernhard. Aber... Ja, da sieht man die Unerfahrenheit von Beachboy Bernhard. Und... Ein Uppercut! Ein Flying Uppercut von Halftan Sigurdsson. Das Cover! 1-2! Aber... Da kommt Beachboy Bernhard raus. Oh, da kommen jetzt einige Elbows von Halftan Sigurdsson. Ja, der ermahnt ihn. Der Referee. Aber ist die Frage, versteht er ihn überhaupt? Man weiß es ja nicht. Ein unerlaubter Griff von Halftan Sigurdsson. Aber er ist fair und lässt auch gleich los. Das zeigt uns jetzt nochmal einen unfairen Move gegen die Seile. Ja, das soll er unterlassen, Halftan Sigurdsson. Nicht, dass er noch disqualifiziert wird. Oh, eine klatschende Ohrfeige! Oh, ein Headbutt! Gegen den Brustvollen Beachboy Bernhard! Ja, die Ohrfeige, das hat ihn ein bisschen wach gerüttelt, so wie es aussieht. Ja, dann nochmal mit dem Elbow. Was sag ich mit dem Elbow? Mit dem Knie geht er auf Beachboy Bernhard los. Jetzt geht's in die Ringecke und kommt der Whip in. Ja, angesetzt und da kommt auch... Da kommt der Händehergesprung, aber da kann Beachboy Bernhard noch kontern. Tritt hinterher. Ja! Ja! Ja, das war wohl nix. Oh, ein harter Tritt gegen den Rücken. Und... Da kommt er rausgerutscht mit einem German Suplex. Sehr schön gemacht von Halftan Sigurdsson. Das Cover hinterher. Eins, zwei. Ja, das war's noch nicht. Der Referee zeigt's an. Es war nur zwei. Ja, aber das Publikum ein bisschen gewischt hier in Rohrbass in der Schweiz. Ja, also der Referee muss mehrmals bis vier zählen. Ja, Halftan Sigurdsson natürlich nicht der faireste Wrestler. Aber man muss schon sagen, er wrestlt auch sehr, sehr effektiv. Da wird jetzt Beachboy Bernhard aufgeben. Ja, er kriegt auf jeden Fall schon mal Unterstützung von den Fans. Ja, da steht er auch schon gleich auf. Ja, kann er sich mit den Elbos befreien? Nein, klappt nicht so ganz. Boah, rettet sich wieder hier mit einem Dropkick. Boah, schön gemacht gegen Halftan Sigurdsson. Oh, ein kurzgezogener German Suplex von Halftan Sigurdsson. Da hat Beachboy Bernhard keine Chance. Ja, das ist ein bisschen lässig. Aber ich glaube auch, dieses Cover war jetzt auch nicht so ernst gemeint von Halftan Sigurdsson. Und er setzt jetzt auch gleich nach. Ja, muss er natürlich auch, wenn er hier Beachboy Bernhard besiegen will. Ja, hat ihn hier auch im Schwitzkasten. Ja, und das Publikum kommt. Und Beachboy Bernhard auch wieder mit Elbos versucht er sich zu befreien. Und Dropkick! Ja, er setzt auch gleich nach. Boah, ein Job von Beachboy Bernhard. Handstand. Und mit einem Head-Sisser holt er ihn von den Seilen. Das kann er hinterher. 1, 2. Das hätte es sein können für Beachboy Bernhard. War aber doch nicht so. Ja, jetzt in die Seile. Oh, ein harter Knie-Stoß von Halftan Sigurdsson. Ja, da kann sich auch Beachboy Bernhard nochmal befreien. Ja, man muss schon sagen, ein sehr schönes Eröffnungs-Match. Hier bei Winterstruggle 2023. Die erste Veranstaltung in diesem Jahr. Und ein Splash. Das kann man, das war's doch schon. Nein, war's nicht. Auch nur bis 2. Ja, Halftan Sigurdsson ist der Meinung bis 3. Aber... Nein, das war nur 2. Ja, da kommt Beachboy Bernhard. Ja, das hat er jetzt ausgenutzt, diese Ablenkung. War das jetzt 3? Nein, 2. Da zeigt das an. Ein bisschen Verwirrung. Selbst bei den Wrestlern. Und der hat gesessen. Jetzt muss aber Beachboy Bernhard doch nachlegen. Ja, er sammelt sich jetzt auch die Kräfte. Ah, Close Line. Noch eine hinterher. Jetzt schickt er ihn auf die Matte. Ja, da kommt jetzt das Surfboard. Da zeigt das schon an. Und ein Splash hinterher. Das Cover 1, 2. Ja, das war's noch nicht. Aber Beachboy Bernhard ist schon mal wirklich in richtiger Richtung, um ihn zu besiegen. Jetzt... Ah, er hat den Finisher angekündigt, aber der kam jetzt nicht. Jetzt kommt Halftern Sigurdsson. Ja, pusht sich hier jetzt auch etwas hoch. Ja, da zeigt das an. Kommt jetzt der Finisher, der Nordic Cutter? Nein, der kommt nicht. Ein Rollerschoolboy. 1, 2, 3. 3, das war's. Das war's. Spoi Bernhard gewinnt dieses Match gegen Halftern Sigurdsson. Ja, damit ist er nicht einverstanden. Ja, ich dachte erst, ein Dropkick kommt hinterher. Äh, was sag ich? Ein Dropkick. Ein DDT. Aber der kam nicht. Aber da kommt der Schlag gegen den Referee. Und er liegt auf der Matte. Ja, damit war er jetzt nicht einverstanden. Halftern Sigurdsson hat jetzt auch hier den Kendo-Stick. Ja, wird er jetzt auf Beachport Bernhard einschlagen? Ja, man muss in diesem Fall sagen, das Licht geht aus. Ja, was passiert jetzt hier? Oh. 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 Diese Melodie. Diese Musik. Den kennt man doch. Oh. Da ist er im Ring. Skarin. Da ist er im Ring. Skarin. Ja, Halftern Sigurdsson wartet noch. Merkt nicht einmal, dass er da ist. Jetzt aber. Ja, Skarin pullt ihn natürlich an. Was bist du für den Krieger? Du wolltest bevor dein Nachbar sehen. Wann hat keinig Harald Sigurdsson. Ein Kredig von Finnland. Wenn man für nichts hat, hat man verloren. Den Kampf gibt man alles. Aber das ist ein Sand. Von uns ist nie nach Malhanna. Das ist ein Müll. Was? Skarin ist ein bisschen enttäuscht von dieser Niederlage. Oh. 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 Jetzt irgendwo hinterher auf Skarin. Oh. Ein klatschender Schlag von Skarin. Der hat gesessen. Lässt sich sowas natürlich nicht gefallen. Ja, Skarin ist ein bisschen verärgert. Das half dann Sigurdsson. Dieses Match verloren hat. Edil Cho haye yann ins Dorf. Nee, Nieni DJ. Ja, was ist die setzlünde? Aber heute werden wir noch dieses Match sehen. Skarin gegen Ace wird in den Tüttel zurückgewinnen. Jetzt verlässt er auch hier die Halle. Und dieses Match werden wir natürlich auch sehen. Skarin gegen Ace. Und hier kommt der Referee für das nächste Match. Ja, das haben wir auch selten das mal möglich gemacht. Und hier kommt der Referee für das nächste Match. Ja, das haben wir auch selten das mal möglich gemacht. Und hier kommt auch gleich der erste Kontrahent zum Ring. Hier sehen wir ihn aus Teheran, Iran. Und zwar Ben Hornstein. Ja, Ben Hornstein, ein ehemaliger Boxer. Ja, ihr fragt euch bestimmt, was macht er als ehemaliger Boxer hier im Wrestling-Ring? Ja, er wurde ja von seinem Boxclub verwandt. Weil er natürlich unfair kämpfte. Da läuft es natürlich ganz anders ab. Und die Meinung von Ben Hornstein, im Wrestling kann er natürlich alles tun, was er will. Stimmt auch nicht ganz. Ich sag mal so, meistens sind die Referees ja auch ein bisschen blind im Wrestling. Ich glaub, nach dieser Aussage dürfte ich keinem Double J-Justin-Justice persönlich begegnen. Aber wir kommen hier zum Gegner von Ben Hornstein. Und hier ist er Don Sheen. Ja, der Scheinweifer war ihm zu hell. Deswegen trägt er wahrscheinlich immer die Sonnebrille. Aber diesmal ist sie doch nicht so stark. Ja, er hat Don Sheen in Deutschland in einigen Ligen schon unterwegs sehr, sehr erfahren. Ist auch im Tag-Team unterwegs in Deutschland. Da feiert er Erfolge mit Alex Duke als die Posterboys. Ja, da gibt's ein bisschen Applaus von den Fans. Double J-Justin-Justice ist für jeden Spaß natürlich zu haben. Ja, Ben Hornstein hat hier seine Fans. Ja, Don Sheen ein bisschen überrascht, aber... Anderes Land, Don Sheen, andere Sitten. Ja, und hier geht's schon mal fair zur Sache. Ja, Ben Hornstein gewinnt hier dieses Kräftemessen. Ja, aber Don Sheen kann sich hier befreien. Oh, da rollt sich Ben Hornstein raus und schickt Don Sheen auf die Matte. Ja, und hat ihn hier gleich im Griff. Ja, ein Cover ist noch nicht da. Unser Double J hat alles im Griff. Ja, Don Sheen kann sich hier nicht befreien. Hat er hier einen Plan, Don Sheen? Ja, Ben Hornstein wird natürlich auch hier angefeuert von den Fans. Ja, Matten-Wrestling gehört natürlich auch ein bisschen mit dazu. Aber hier ist mehr ein Arm-Wrestling zwischen beiden Wrestlern. Ja, und jetzt Don Sheen hat ihn hier im Griff. Oh, das sieht ein bisschen unfair aus. Aber Double J, Justin Justice, zeigt es gleich an. So geht es nicht in diesem Match. Ja, Double J hat es hier auf jeden Fall sehr gut im Griff. Auch einer der besten Wrestler im deutschsprachigen Raum. Ja, Don Sheen hat hier wieder die Oberhand, aber er muss natürlich aufpassen. Denn Ben Hornstein darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Ja, jetzt den Whip in. Oh, Schalterblock von Don Sheen. Oh, da gibt es schon die ersten Buh-Rufe gegen Don Sheen. Ja, jetzt nochmal Whip in. Und Dropkick von Ben Hornstein. Setzt gleich nach, aber der Elbow geht daneben. Don Sheen hat ihn, aber rollt nach hinten. Und noch ein Dropkick hinterher. Da muss Don Sheen natürlich auf die Matte. Ja, da kommt jetzt ein Splash noch von Ben Hornstein. Ja, da ging es jetzt gegen die Ring-Ecke. Da konnte Don Sheen noch kontern. Ja, ein Nerf-Hole. Und Dropkick nochmal von Ben Hornstein. Ja, die Dropkicks von Ben Hornstein, die sitzen. Könnte man natürlich von einem Boxer gar nicht meinen. Man dachte echt, als Boxer benutzt er andere Mittel. Aber das sieht man schon, was Ben Hornstein schon im Wrestling-Business gelernt hat. Ja, Ansatz zum Kloslein. Aber da ging es daneben. Und da kommt das Knie hinterher. Und da muss Ben Hornstein auf die Matte. War es das schon? Eins, zwei. Ja, das war es noch nicht. Ja, im Gesicht von Don Sheen. Ja, man sieht es ihm an. Ist ein bisschen überrascht. Ja, hat es sich ein bisschen leichter vorgestellt. Ja, aber Don nicht unterschätzen, nicht mit Leichtigkeit in solchen Matches reingehen. Ja, durch so eine Aktion macht sich Don natürlich keine Freunde. Ja, das war schon eine Beleidigung gegen die Schweizer Fans. Ja, da kriegt er jetzt auch die Retourkutsche von Ben Hornstein. Da zeigt er natürlich seine Boxerfahrung, die Boxschläge gegen die Magengrube von Don Sheen. Ja, das ging gegen die Ohren auch sehr effektiv. Aber da kontert schon Don mit dem Elbow. Ja, der legt sich hier doch zu arg mit den Fans an. Ja, DDT von Don Sheen. Cover hinterher. Eins, zwei. Ja, das war es noch nicht. Ja, nee, Don in der Schweiz wird auch ein, zwei, drei gezählt. Oder besser gesagt, eins, zwei, drei. Aber ich glaube, das verwirrt Don ein bisschen. Ja, jetzt RIP-In. Reversal. Ja, da kommt Ben Hornstein angerannt. Ja, und das ging ein bisschen in die Weichteile. Aber Ben Hornstein kontert mit einem Kniestoß. Ja, Überroller gegen Don und Kloeslein. Gegen Don Sheen. Eins, zwei. Ja, das war es noch nicht. Ja, jetzt braucht Ben Hornstein die Unterstützung der Fans. Ja, er will hier den Schlusspunkt setzen, so wie es aussieht. Ja, aber der kommt nicht und Don Sheen kontert hier. Und war es das? Ja, das war zulässig. Ja, Don kann es ein bisschen nicht fassen. Er hat sich dieses Match schon ein bisschen leichter vorgestellt. Also Leute, wenn ihr keine Freunde haben wollt, dann benemmt euch wie Don Sheen. Ja, ob das so eine gute Idee ist, sich mit den Fans anzulegen. Ja, da hat Ben Hornstein Don in Griff, aber da kann sich Don befreien. Ja, ob das nicht zu lange geht. Da ist Ben Hornstein schon auf dem Bein. Ja, da kam jetzt fast sein Finisher, sein Superman Punch, aber noch nicht richtig durchgezogen. Jetzt geht es auf die Seile und, oah, ein Dropkick. Gegen Don Sheen und da muss er auch aus dem Ring. Ja, Ben Hornstein ist wieder zurück. Jetzt geht es in die Seile. Kommt er jetzt rausgesprungen mit einem Dive? Nein, da kontert Don Sheen. Das hat er schon gerochen und... Ja, der tritt hinterher. Ja, und Don geht schon auf die Seile. Ja, was zeigt er uns jetzt? Ja, aber Ben Hornstein steht schon. Aber der Close-Line, der sitzt von Don Sheen das Cover. Eins, zwei, war es das schon? Nein! Ja, da zeigt's Double J an. Es waren nur zwei. Er konnte sich noch befreien. Die Schulter hochheben. Ja, aber man weiß nicht, warum Don überhaupt kommt, wenn er eh nichts versteht. Vielleicht sollte man ihm ein Übersetzungsbuch schenken. Ja, und da kommt wieder Ben. Reingerollt. Ja, da konnte Don... Ein Neckbreaker. Und das Cover, eins, zwei. Ja, da kommt Ben noch raus. Ja, und Don Sheen kann es immer noch nicht fassen. Schön, die Musik. Wenn die Musik fühlt, die Musik. Fass keine Musik. Fass keine Musik. Die Musik. Ja, die Musik, meint er. Die Sweet Chin Music. Wird jetzt auch die Sweet Chin Music kommen. Ja, Ben Hornstein steht. Aber nein, der Kick kann Ben Hornstein abfahren. Und da kommt der Schlag hinterher. Und noch ein Faustschlag von Ben Hornstein. Ja, jetzt hat er ihn oben und wirft ihn auf die Matte. Oh, schön eingesprungen mit einem Salto von Ben Hornstein. Das kann er hinterher. Eins, zwei. Ja, das war es noch nicht. Aber Ben Hornstein ist schon auf dem richtigen Weg. Jetzt muss er nur nachsetzen. Aber man merkt, dieses Match ist auch sehr, sehr kräfteraubend. Ja, kommt jetzt der Finisher. Das sollte jetzt kommen, der Superman Punch. Aber Don Shin kann kontern. Ja, mit einem Full Nelson. Didi T, glaube ich, so wie es aussah. Ja, und beide werden jetzt angezählt. Ja, und da sieht man WJ auch sehr fair. Da Don Shin ja kein Schwitzerisch kann. Ben Hornstein weiß nicht, ob er kein Deutsch kann. Aber WJ ist fair und zählt auf Englisch. Dass auch Don Shin ein bisschen versteht. Ja, jetzt kommt der Schlagabtausch. Beide auf den Knien. Ja, es ist ausgeglichen. Keiner kann die Oberhand gewinnen. Ja, jetzt kommen beide mal auf die Beine. Und da kommt jetzt der Faustschlag von Ben Hornstein. Das sind natürlich die Vorteile von einem Boxer. Aber der geht jetzt daneben. Jetzt kommt der Kick von Don Shin. Aber Superman Punch. Superman Punch. Jetzt muss Ben Hornstein nur noch covern. Das macht er auch. Eins, zwei, drei. Ben Hornstein gewinnt dieses Match nach seinem Superman Punch. Und Don Shin verliert dieses Match. Den Fans freut es natürlich umso mehr. Und Don Shin nach diesem Superman Punch hieß es eins, zwei, drei und vorbei. Und Ben Hornstein gewinnt hiermit dieses Match auch sehr, sehr verdient. Ja, lässt sich hier natürlich feiern. Soll er natürlich auch machen. Ja, das sieht man auch die Nähe zu den Fans. Sie freuen sich natürlich auch. Im nächsten Kampf aus Freiburg, Deutschland mit 1,77 Meter und 85 Kilo. Byron Sanders! Ja, und Jason Sanders, also da muss ich natürlich wieder mit erwähnen, nicht verwandt oder verschwägert mit diesem Mann hier, mit Byron Sanders. Byron Sanders aus Deutschland, aus Freiburg. Ist auch nicht so weit entfernt von hier, von Wrestling Switzerland in Roarbus. Und Byron Sanders kommt hier auch zum Ring. Hat auch seine Fans, ist auch nicht sehr, sehr lange dabei. Aber hat schon sehr gute Eindrücke hinterlegt hier bei Wrestling Switzerland. Ihm gefällt es natürlich hier bei Wrestling Switzerland zu wrestlen. Hat er schon sehr öfters erwähnt. Ja, und hier kommt jetzt auch sein Gegner. Adit Aliyah, sehr beliebt hier bei den Fans. Ja, was kann man hier zu Wrestling Switzerland sagen? Klein, gemütlich, familiär. Den Fans freut es immer wieder hier in Roarbus. Und vor allem hier Adit Aliyah zu sehen. Einer der aufstrebenden Talente aus der Schweiz. Ja, man muss sagen, mit Byron Sanders an seiner Seite. Was habe ich an seiner Seite als Gegner, muss man eher sagen. Hat er wirklich schon einen harten Brocken vor sich? Beide natürlich sehr beliebt. Und da hoffen wir natürlich auf ein faires Match bei der Wrestler. Ja, Byron Sanders gewinnt hier schon mal dieses Kräftemessen. Hat ihn da auch in Griff. Aber Adit kann sich hier befreien. Ja, Adit Aliyah trainiert auch hier bei Wrestling Switzerland. Hat auch hier seine Anfänge. Also auch an euch Leute daheim, ob alt, ob jung. Wenn ihr auch mal Wrestler sein wollt, geht mal wirklich auf die Instagram-Seite von Wrestling Switzerland. Erkundigt euch, schreibt die Leute ruhig mal an. Wenn ihr wirklich mal mit den Jungs hier auch mal trainieren wollt. Aber nicht nur Jungs, natürlich auch Mädels willkommen. Egal welches Geschlecht Wrestling ist für jeden. Da spielt es keine Rolle, wie alt man ist. Was für ein Geschlecht man hat. Welche Religion, woher man kommt. Das ist hier egal. Wrestling ist Family, sagt man immer wieder. Und ein Half-Boston-Crab von Adit Aliyah. Aber da kann sich Byron Sanders schnell befreien. Ja, da gibt es auf jeden Fall den Applaus, der Respekt von Adit Aliyah. Oder wie ihr es hier schon bei den Fans hört, Adit Aliyah. Aber noch sehr ausgeglichen zwischen den beiden Akteuren und... Dropkick hinterher. Ja, und in Shawn Michaels Manier kommt auch Adit Aliyah auf die Beine. Ja, Byron Sanders kann es auch nicht so ganz begreifen, was hier gerade abgeht. Ja, braucht eine kleine Erholungspause und muss sich ein bisschen sammeln. Kann sein, dass seine Taktik hier nicht so ganz aufgegangen ist. Und muss sich hier was Neues überlegen. Aber Byron Sanders auch sehr, sehr erfahren. Schon einige Jahre im Wrestling-Ring. Trainiert er ja auch in Deutschland bei Alex Wright. Dem Wright-Stuff. Ja, man sieht es hier auch die Erfahrung an. Kommt sehr schnell zurück. Kommt jetzt ein Back-Suplex. Ja, der kommt. Schön durchgezogen von Byron Sanders. Ja, und ein Body-Slam. Wo kommt er jetzt? Reingesprungen, ja. Mit einem Salto und das Cover. Eins, zwei. Ja, war jetzt nur bis zwei. Ja. Ja, der versucht sich jetzt auch Arditt zu befreien, aber klappt nicht so ganz. Ja, jetzt kommen auch die V-Schläge von Arditt gegen Byron Sanders. Ja, der Clothesline war nur halbherzig versucht von Byron Sanders. Das sieht man, wie ihm die Schläge von Arditt zugesetzt haben. Und Springboard Moonsort. Kommt jetzt das Cover. War es das schon? Eins, zwei, drei. Wow. Wow, das war knapp. Liebe Wrestling-Fans. Knapper hätte es nicht sein können. Ja, und Arditt setzt natürlich auch gleich nach. Ja, Uppercut. Ja, der kommt jetzt angerannt, aber da kann sich Byron Sanders befreien. Und German Suplex, eins, zwei. Ja, das war es noch nicht. Ja, Byron Sanders ist auch für seine Suplexe auch sehr, sehr bekannt. Und gefürchtet natürlich. Da gibt es den Vergleich mit der TS-Suplex-Maschine aus der 90er, aus der ECW. Ah, noch ein Back-Suplex, schön durchgezogen. Das Cover gleich hinterher ersetzt nach 1-2. Aber Arditt kommt noch raus. Ja, DDT hinterher. Ja, Byron Sanders hat hier Arditt sehr, sehr gut im Griff. Ja, legt sich jetzt auch hier mit den Fans an. Ja, man weiß nicht, was heute los ist. Zuerst und schien jetzt Byron Sanders. Ja, man weiß, wie vorhin ein Ben Ornstein oder auch hier Arditt Alia. Bei den Wrestling-Fans hier aus der Schweiz. Sehr beliebt. Und wieder ein Kick hinterher. Da muss Byron Sanders auf die Matte. Das Cover gleich hinterher. 1-2. Aber da kommt Byron Sanders noch raus. Ja, da fordert es Arditt schon auf. Und man hört es auf, die Arditt-Chöre. Ja, Byron Sanders kommt sehr schnell wieder zurück. Ja, will jetzt, glaube ich, hier so langsam den Sack zumachen. Ja, der zeigt es an. Elbow. Und da kommt auch angesprungen. Aber der geht ins Leere. Arditt kann sich hier nochmal wegrollen. Ja, ist noch ein bisschen gezeichnet. Arditt kann nicht gleich nachlegen. Ja, kommt jetzt Byron Sanders. Aber Arditt kontert. Ah, Kloslein. Noch eine. Da muss Byron Sanders auf die Matte. Und Arditt setzt gleich nach. Der Tornado Elbow. Ja, jetzt kommt er angesprungen mit einem Dropkick gegen Byron Sanders. War es das schon? 1-2. Aber der Referee zeigt es an. Es war nur zwei. Und da kommt natürlich Byron Sanders auch wieder raus. Ja, Byron Sanders ist wirklich ein harter Brocken. Auch in Deutschland sehr viele harte Matches geführt. Ja, da hat Arditt wirklich einen sehr, sehr harten Gegner. Aber er versucht natürlich alles wieder hier rauszukommen. Ja, jetzt von beiden Seiten. Die Elbow-Schläge. Aber beide schon sehr, sehr gezeichnet von diesem Match. Und da kommt Byron Sanders. Aber springt ins Leere. Boah, schön gemacht. Es sah nach einem T-Bone-Suplex aus von Arditt. Ja, jetzt pusht er sich hier auf. Die Fans gehen natürlich mit. Jetzt muss er natürlich nachsetzen. Jetzt zeigt er schon an. Kommt jetzt ein Finisher. Der kommt. Da muss Byron Sanders auf die Matte. Das Cover hinterher. War es das schon? Ja, das war es. Arditt Aliyah gewinnt hier dieses Match gegen Byron Sanders. Und jetzt wird es natürlich in diesem Fall heißen. Und das war auch Arditt aus. Und Arditt gewinnt hier dieses Match. Wird er irgendwann mal seinen Titel-Chance bekommen? Um Arditt Aliyah. Ja, man weiß, dass er mit Ace, dem Wrestling-Switzerland-Champion, so seine Problemchen hat. Ja, da schnappt er sich jetzt auch das Mikro. Was hat Arditt uns zu sagen? Ja, die Musik muss erst mal aus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ah, hallo. Meine Damen und Herren, ich wollte mir kurz etwas aus der Seele reden. Und zwar etwas, was in der letzten Show passiert ist. Kurz und knapp, Ace gegen Skari und im Wrestling-Switzerland-Championship. Ja, da sagt das nochmal, bei der letzten Veranstaltung, Ace hat das Match gewonnen gegen Skarin. Ich bin da mal kein Problem. Ja, das Problem damit, dass er nach dem Kampf gemacht hat. Nach dem Kampf ist Skarin komplett verletzt worden. Ja, da spricht das natürlich an, was nach diesem Match passiert ist, dass Ace noch auf Skarin drauf ist. Und natürlich die Tochter, Wajaj Saga, gegen Skarin ging. Ja, das sieht schon nach einer Herausforderung aus. Ja, da ist Arditt auch sehr, sehr entschlossen. Er will dieses Titelmatch gegen Ace haben um den Wrestling-Switzerland-Title. Da ist jetzt nur die Frage, wird Ace drauf eingehen oder nicht? Wird Arditt die Chance bekommen? Das muss natürlich das Wrestling-Switzerland-Office natürlich entscheiden. Aber ich sage mal, die Chancen könnten natürlich sehr, sehr gut aussehen für Arditt Alp. Es geht in der believers, die Chancen könnten sich um die Kappe auf die Kappe durchschrauben. Und jetzt kann der Kappe durchschrauben, die sich so gut aussehen gibt. Aber ich meine, die Chancen könnte schon an die Kappe durchschrauben. Auch wenn ich jetzt einיזiliere E-Kappe bei mir lasstet. Du hast mich als die Kappe durchschrauben. Und ich kann es so gut aussehen für dich, dass die Kappe nach Opa ist. Und ich kann mir jetzt darauf achten, dass alle Kappe durchschrauben mit ihren Nutzen, So, jetzt geht es aber wieder mit Action. Und zwar kommt der Netschkonto dahin aus Karlsruhe, Deutschland. Mit 1,86 Meter und 91 Kilo. Dave, der Blame, Blame! Ja, und hier kommen wir auch zum nächsten Match. Ja, vorhin hatten wir Barron Sanders aus Freiburg. Etwa 100, 120 Kilometer entfernt aus Karlsruhe. Angekündigt hier, der Blame, Dave Blame! Ja, kommt hier auch sehr, sehr entschlossen rein. Auch sehr siegessicher. Er kann hier die Buchrufe natürlich nicht verstehen. Burn in Hell. Ja, vorhin haben wir es ja gesehen. Aded Aliyah, Anspruch auf ein Tidal Match. Aber, ich sage mal, dieser Mann hier, der Flamedave Blame, darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Bisher unbesiegt hier bei Wrestling Switzerland. Sein Gegner kommt aus Basel Landschaft mit 1,87 Meter, gut 81 Kilo. Julius Mastria! Und sein Gegner, Julius Mastria. Ja, hier sehen wir ihn. Aber Leute, hier ist jetzt richtig, das ist Julius Mastria. Ihr kennt ihn vielleicht bei einem Kampf mit sehr langen Haaren. Aber die sind nicht mehr da. Julius Mastria auch ein Mann aus der Schweiz. Ja, hier sehen wir ihn. Der Referee, Double J, zeigt es an. Ready und es kann losgehen. Ja, man merkt, Dave Blaine hat sehr, sehr wenig Respekt vor seinem Gegner. Ja, der letzte, den ich sehen werde, sagt er, gell? Ja, okay. Uh! Das war eine klatschende Ohrfeige. Julius will gleich auf ihn draufgehen. Aber er war schlau gemacht von Dave. Hat ihn gleich in den Griff. Schickt ihn auch hier auf die Matte. Ja, man darf hier natürlich Dave Blaine nicht unterschätzen. Auch wenn er hier, wenn man schon so sagen kann, ein bisschen hochnäsig hier zum Ring kommt. Und sich auch so verhält. Aber sehr erfahren, auch schon ein paar Jahre im Business mit dabei. Überwiegend natürlich in Deutschland unterwegs. Und natürlich auch in Belgien. Ja, Julius Mastria. Auch noch sehr neu im Business. Aber hier ein Gegner wie Dave Blaine. Uh! Da kommt er mit einem Aberkrat gesprungen. Dave Blaine, das kann man hinterher. Aber da ging natürlich Julius Mastria bei zwei gleich raus. Ja, das sieht man mal, wie sich Dave Blaine hier sehr beliebt macht. Bei den Fans. Ja, da versucht sich Julius Mastria zu befreien. Ja, jetzt kommt hier der Wippin. Aber mit einem Schulterblock erwischt sich Dave Blaine ein bisschen ab. Verhöhnt hier Julius Mastria. Ja, drüber gesprungen. Und war Kick von Julius Mastria. Kloslein hinterher. Bleibt weiterhin dran. Und ein flying Schulterblock. Da muss natürlich Dave Blaine auf die Matte. Ja, der zeigt das an. Kommt jetzt ein Knee Drop? Nein, der kommt nicht. Oh, schön gemacht von Dave Blaine. Zieht ihn jetzt hier raus aus dem Ring. Ein doppelter Chopker in diesem Fall sagen. Ein doppelter Klatscher von Dave Blaine. Ja, da kann er es selbst nicht fassen. Oh, dass der so gut durchgezogen worden ist. Ja, Dave, es wird hier für dich ein bisschen in Englisch auch gezählt. Dass du es natürlich auch verstehst. Man weiß ja nicht, wie voll ein Don schien. Oh, da kommt wieder ein Klatsch und der Schlag von Dave Blaine. Ja, das hat ihm jetzt auch ein bisschen selber weh. Und schickt ihn jetzt hier wieder in den Ring. Jetzt muss er natürlich nachlegen. Ja, ein halbherziger Cover. Da zeigt Zulus Mastria an. Nicht mit mir. Auch wenn ich noch sehr neu im Business bin. Aber er ist dann auch sehr, sehr motiviert. Auch im Training. Ja, Buddyslam. Aber auch nur bis zwei. Ja, da merkt man, dass Dave Blaine hier mit seinem Gegner spielt. Aber jetzt kommt jetzt Zulus Mastria raus. Zeigt seinerseits. Nein, doch kein Buddyslam. Bekontert von Dave Blaine. Und der Eselstritt. Ja, und. Ah, ne, der Back Subnex kommt doch nicht von Dave Blaine. Oh, eingerollt. Das Cover 1, 2. Ah, da kommt noch Dave Blaine. Noch raus. Ah, und Uppercut. Gleich hinterher. Die Spezialität von Dave Blaine. Aber da kommt natürlich Julius Mastria noch raus. Ja, Dave Blaine weiß es eigentlich schon selber. Aber er verhöhnt gern seine Gegner. Ja, er muss nur mal aufpassen, dass sowas nicht nach hinten losgehen kann. Ja, Julius kommt jetzt hier nicht raus. Aber kontert hier. Nein, doch nicht. Ja, da nimmt ihn Dave Blaine zu einer Powerbomb, so wie es aussieht. Und den zieht er auch durch. Das Cover hinterher. 1, 2. Ja, da kommt Dave Blaine nicht zum Sieg. Oh, sehr schmerzhaft für Julius Mastria. Sieht man jetzt auch hier in seinem Gesicht geschrieben. Kann er sich an den Ringseilen retten? Ja, das kann er. Julius Mastria auch sehr groß gewachsen. Hat wenigstens hier die Vorteile, noch sehr schnell an die Ringseile zu kommen. Um diesen Submission-Move zu unterbrechen. Aber Dave Blaine muss jetzt auch hier nachsetzen. Macht er jetzt auch. Aber in einer sehr unfairen Aktion verhöhnt auch hier die Fans. Legt sich mit denen an. Ja, Dave Blaine kommt hier irgendwie nicht zum Zug. Julius Mastria mit allen Mitteln versucht, sich hier wieder ins Match hineinzufinden. Ja, aber Dave Blaine, da merkt man die Erfahrung. Kann natürlich wieder zurückkommen. Kontert auch. Ja, der zeigt das an. Ruhig, aber was er damit gemeint hat. Vielleicht den Referee, dass er nicht weiterzählen soll. Aber der Referee ist natürlich nicht zu bestechen. Ja, Whip in. Da kommt er hinterher. Aber da kann natürlich Julius sich befreien. Backflip. Und kann Julius nachsetzen. Macht er auch mit einem Close-Line in die Ring-Ecke. Jetzt wieder Whip in. In die andere Ecke. Und da kommt er auch hinterher. Gesprungen mit einem Elbow-Drop-Kick. Da liegt Dave Blaine auf dem Boden. Ja, jetzt muss er ihn doch schnell covern. Aber nein. Ja, er will natürlich die Anfeuerungsrufe der Fans. Die kommen natürlich auch. Muss jetzt aber auch sehr schnell nachsetzen. Kommt angesprungen. Aber Dave Blaine kann hier kontern. Ja, und da kommt jetzt Dave. Ja, wird aber weggestoßen von Julius. Julius, muss ich sagen, setzt auch sehr, sehr schnell nach. Kommt jetzt der Knee-Drop? Nein, da kommt der Leg-Drop. Eins, zwei. Boah, das war es noch nicht. Dave Blaine sagt auch hier nochmal niemals. Ja. Nicht, dass er sich da ein bisschen verkalkuliert hat. Ja, jetzt wird er hier Ansatz zur Sweet-Gin-Music. Nein, wird es doch nicht. Oh, Pedigree-Ansatz. Aber da kontert Dave Blaine. Und da kommt der Death Valley Driver. Eins, zwei, drei. Das war es. Dave Blaine gewinnt dieses Match. Nach diesem Death Valley Driver. Ja, da sagt Dave Blaine will natürlich auch einen Titel gewinnen. Ja, auch ungeschlagen hier bei Wrestling Switzerland. Da bin ich mal gespannt, was da noch in Zukunft auf uns zukommen wird. Er zeigt das auch nochmal an. Er will natürlich auch Titel gewinnen. Will natürlich auch den Anspruch dafür haben. Als unbesiegt. Dave Blaine hier bei Wrestling Switzerland. Will natürlich das Anrecht haben. Aber mal schauen, was in der Zukunft noch kommen wird. Wird es ein Titelmatch bekommen oder nicht? Ja, da hat Wrestling Switzerland Office einiges zu tun. Wer wird der nächste Gegner für Ace sein? Dave Blaine? Adit Aliyah? Oder doch jemand anders? Was ist jetzt hier los? Da wird eigentlich ein Tag Team Match jetzt angekündigt. Aber Jason Sanders wird jetzt hier unterbrochen. Ja, McKennan hier. Ja, McKennan hier. Dante Yanke. Ich bin aus dem wunderschönen Guatemala. Ich bin ehemaliger RRW Champion. Ich hatte den goldenen Koffer. Und ich hatte einen legendären Kampf gegen Jockey Legend. Obwohl er mit Glück gewonnen hat. Aber, aber. Ich bin hier, weil es heute eine Premiere gibt. Ich habe den besten Tag Team aller Zeiten kreiert. Ich habe zwei zusammengebracht und werde alles auseinandernehmen. Die werden weltbeste Tag Teams sein. Die werden überall gefuckt. Damen und Herren, steht alle auf und applaudiert für das besten Tag Team überhaupt. da haben wir wohl den neuen Manager von dem Tag Team Alex X und Elias Richter, den wir jetzt hier zum Ring kommen sehen. Ja, man hört auch eine neue Musik. Ja, wir wissen ja, Elias Richter, ein riesen Fan von unserem 80er Jahre Pornostar Alex X. Ja, Dante Yanke gefällt es hier nicht, dass Elias ihn noch umarmt. Aber Elias Richter hier sehr beliebt bei den Fans. Ja, zeigt es an, da ist auch ein Shirt von Alex X, das er trägt. Und eine Tanzeinlage von Elias Richter. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich ankündigen, meinen Täti-Pater. Sie kennen ihn? Er ist 170 Zentimeter groß und 22 Zentimeter groß. Jaja, jetzt muss er erstmal Alex X holen. Ich schätze mal, er will nicht. Oh, und hier kommt er, Alex X. Gezogen von Elias Richter. Ja, man merkt es, Alex X ein bisschen angepisst von Elias. Aber ich muss sagen, die Musik, die gefällt mir. Ja, und Elias gefällt es natürlich alles. Dieses Tag Team vor allem mit Alex X. Mit einer Länge von 22 Zentimeter, wie er es angegeben hat. Überdurchschnittlich. Ja, das sieht man. Dante Jacke als Manager versucht natürlich, Elias und Alex als Tag Team zusammenzuhalten. Spricht auch hier ein Machtwort. Aber jetzt kommen natürlich die Gegner. Ja, jetzt kommen hier die Gegner für Alex X und Elias Richter. Robin Vega und Syndrom. Ja, Syndrom flippt hier auch gleich aus. Und jetzt rennt hier in den Ring. Die Kamera kommt schon gar nicht mehr hinterher. Ja, und Robin Vega, ja. Mag hier die Fans jetzt auch nicht so. Ja, da ist Syndrom, ist mal aufgetaucht. Also ich glaube, man weiß nie, wo er gerade auftaucht. Ja, Robin Vega mag hier die Fans auch nicht. Oh, da muss im Syndrom die Seile auseinanderhalten, dass Robin Vega reinkommt. Mit seiner übergroßen Statur. Das Syndrom ist irgendwie voll auf Adrenalin umgerüstet, so wie es hier aussieht. Ja, und Alex X beginnt hier gegen Robin Vega. Ja, Elias will hier natürlich die Fans ein bisschen animieren. Aber Dante Yanker mag diese Einstellung nicht. Alex X durch Elias, nur beliebt, wenn man so will. Aber hier fangen Robin Vega und Alex X mit dem Wrestling natürlich an. Ja, Robin Vega hat jetzt auch hier die Oberhand. Ja, uuuh. Hat er ihm, glaube ich, auch leicht an den Hahn gezogen. Er zeigt es der Referee an. Ja, nochmal. Aber der Referee Brian, ja, ermahnt jetzt hier auch Robin Vega. Ja, Alex X ist ein bisschen verwirrt, weil sich Elias selbst eingewechselt hat. Ja, und hat hier jetzt auch gleich Robin Vega auf der Matte. Ja, aber es setzt nicht nach. Oh, mit einem Judo-Griff wirft da Robin Vega hier auf die Matte. Ja, Elias ist hier in der Schweiz einer der besten Matten-Wrestler. Ja, das sieht man dann auch hier. Boah, schön gemacht. Das Cover, aber da kann sich Robin Vega noch befreien. Nochmal hinterher. Ja, ich glaube, Robin Vega ist ein bisschen überrascht, aber kann sich jetzt hier befreien. Aber das setzt gleich Elias nach. Ja, der Schlag ging daneben, der Ex-Handle. Und, ja, da kommt der Body-Slam gegen Robin Vega. Ja, und da kommt Alex X. Ja, Elias. Ja, ich glaube, er freut sich darauf. Oh, was kommt jetzt hier kommen? Naja, unschönes sehen, was eigentlich Alex X zeigt. Das sagt das doch. Das ist doch mein Move. Und da kommt Robin Vega. Ja, das war jetzt taktisch nicht sehr klug, sich hier zu streiten. Vielleicht ist doch gut, dass sie da einen Manager an ihrer Seite haben, der sie da ein bisschen, ja, in richtiger Richtung bringt. Und, dass sie vielleicht auch erfolgreich werden, aber jetzt so drum hier im Ring. Ja, bearbeitet hier Alex X. Ja, jetzt wieder der Wechsel mit Robin Vega. Ja, und Robin Vega setzt auch nach. Oh, da wird er jetzt an den Hahn gezogen, festgehalten von Syndrom. Aber der Referee Brian ermahnt ihn hier, diskutiert auch mit ihm. Ja, das ist jetzt nicht fair. Der Referee Brian zählt ihn auch hier an. Ja, das Cover 1, 2. Ja, da kommt noch Alex X heraus. Aber jetzt kommt wieder unser Adrenalin-Junkie-Syndrom in den Ring. Boah, klatschender Schlag und Elbow hinterher. Oh, aber da kann sich jetzt Alex X doch befreien. Ja, da geht's jetzt gegen Robin Vega. Oh, Spinebuster von Syndrom. Cover gleich hinterher, 1, 2. Ja, da kommt noch Alex X raus. Ja, Elias merkt, Alex braucht hier die Unterstützung von den Fans. Als Rip-In gegen die Ring-Ecke. Ja, Dante Junkie, was macht er jetzt da? Versucht jetzt zu diskutieren mit dem Referee. Robin Vega, ja, ein bisschen verwirrt, wie alle andere auch. Ja, das war taktisch auch sehr klug gemacht von Dante Junkie. Ja, da kommt jetzt auch Alex X wieder zurück. Da kommt jetzt reingesprungen. Da ein Roller, 1, 2. Ja, da kommt Robin Vega noch raus. Ja, der tritt, geht ins Leere. Elias wird eingewechselt, aber Syndrom auch. Oh, Schulterblock, Cover, aber nein, Syndrom wurde ja auch eingewechselt. Der ist ja der reguläre Mann. Boah, schaut sich einer an, wie er Elias Richter hier hochhebt. Und Side-Supplex von Syndrom setzt hier auch gleich nach. Ja, ich muss sagen, Robin Vega hat sich hier wirklich einen sehr, sehr guten Partner ausgesucht in Syndrom. Ja, Robin Vega, der Lauch. Ja, wird jetzt hier... Oh, schön gemacht, gleich in der Brücke zum Cover, 1, 2. Aber Syndrom zieht hier auch nochmal Robin Vega, dass das Cover nicht gezählt werden muss. Und er kommt doch mit einem Superman Punch. Ja, er zeigt es an mit dem Elbow. Will wahrscheinlich hier auch den Schlusspunkt setzen. So wie es aussieht, er zeigt das natürlich an. Kommt ein DDT, aber nein, Elias kann sich jetzt hier auch befreien. Und Alexix kann hier eingewechselt werden. Clothesline gegen Syndrom. Noch eine hinterher. Ja, dieser Clothesline von Syndrom ging daneben. Aber schön gemacht hier. Jetzt ist er von Alexix. Oh... Was jetzt kommt, das wissen die Fans von Alexix. Ja, nee, doch nicht. Jetzt sollte doch nicht der Pornobuster kommen. Boah, da hat er Alexix auf die Seite geschoben. Das war ja schon mal schlau gemacht. Aber was kommt jetzt? Ein Doppel-Pornobuster. Ja, unangenehm für Robin Vega und für Syndrom. Da lässt sich auch Alexix natürlich feiern. Da war wirklich ein Double-Team-Move von beiden, von Elias und Alex. Und die Brücke gleich das Cover 1, 2, 3. Das war's. Elias Richter und Alexix gewinnen dieses Match. Ja, Dante Jahnke muss natürlich in die Mitte. Die Sieger Elias Richter und Mr. 22cm Alexix. Alexix. Ja, da gibt's nur den Handschlag. Aber Elias will natürlich richtig feiern. Klar, für Alexix eine unschöne Art. Er zeigt das an. Geht lieber mal auf die Seile hoch. Lass dich eher so feiern. Ja, ein aufstrebendes Team hier. Alexix und Elias Richter. Ja. Ja, da gibt's nur den Handschlag. Ja, das ist auch das Erste. Da scheinen sie wirklich zwei gekommen zu haben. Schauen wir mal, wie es mit den zwei Herren weitergeht. Ja, alles Schöne geht bekanntlich zu Ende. Aber bevor es zu Ende geht heute Abend, haben wir noch einen weiteren Eko-Wissen. Und zwar geht es um nichts anderes, als es um ein Rematch von letztem Mal. Und zwar geht es um den Wrestling Switzerland Championship Dickel. Da kündigt es Jason Sanders an. Rematch um den Wrestling Switzerland Champion Gürtel. Skarin hatte ihn natürlich verloren bei der letzten Veranstaltung gegen Ace. Verloren nicht nur dieses Titelmatch. Verloren natürlich auch ein Auge. Deswegen auch hier dieses Verband. Ja, und seine Frau darf hier natürlich nicht fehlen. Seine Motivation. Aber wir müssen natürlich auch mal abwarten. Was natürlich War Child Saga, den natürlich ihren Vater verraten hat. In was für Funktionen sie hier in diesem Match eingreifen wird. Ob sie überhaupt eingreifen werden. Ist sie überhaupt da? Das müssen wir jetzt mal abwarten. Und hier kommt der Wrestling Switzerland Champion Ace. Ja, und hier haben wir ihn. Will natürlich seinen Titel hier verteidigen gegen seinen Erzrivalen. Ja, da zeigt er schon an. Er ist hier sehr unbeliebt. Er ist hier nicht. Er ist hier nicht. Er ist hier nicht. Ehe nicht. Aber ist die Frage, Skarin der Erfahrene. werde jetzt hier ja ich stock jetzt gerade ein bisschen weil ich weiß nicht ob ich es jetzt richtig gesehen habe aber ich meine World Child Saga gesehen zu haben WJ Justin Justice zeigt hier schon den Gürtel an ja das sagt auch ein Fan ja er sieht doppelt so viel als Skarin oh da hat WJ auch einen Schock erlitten jetzt gerade eben ja man sieht es ganz leicht das fehlende Auge von Skarin ja wird schon ein bisschen schwierig die Umstellung auch für Skarin jahrelang mit zwei Augen jetzt muss er nur noch mit einem Auge wrestlen ja wer es nicht gesehen hat die letzte Veranstaltung von Wrestling Switzerland mal anschauen ja das sehen wir jetzt auch World Child Saga ja Double J ja hat ihm vielleicht erstmal nicht ganz gefallen aber sie sitzt jetzt nur hier am Ring und schaut sich hier dieses Match an jetzt auch Ace dominiert Elbow ja World Child Saga hat sich schon ein bisschen verändert ja wird sich aus dem Schatten von Skarin auch ein bisschen lösen hat man das Gefühl ja ich sag mal man merkt auch Töchter aber gewissem Alter wollen sie ihr eigenes Ding durchsetzen ihren eigenen Weg gehen das macht jetzt auch World Child Saga so wie es aussieht DDT von Ace Ace ja Skarin und Ace die kennen sich ja schon in und auswendig hatten schon einige Matches gegeneinander gerade im Jahre 2022 ja Skarin man merkt er hat ein bisschen Probleme gerade mit seinem Auge wo ist der Gegner ja es ist schon ein bisschen schwierig für Skarin geworden ein Handicap ja Ace fühlt sich auch hier schon siegessicher merkt man schon an seiner Körperhaltung an seiner Körpersprache er geht jetzt auch hier auf das Knie von Skarin los ja dieser Tritt ging daneben und Spinebuster von Skarin das Cover ja ne doch nicht war nicht einmal eins ja Skarin fragt was ist los warum zählt schon nicht ja ich weiß nicht ob Double J da ein bisschen überrascht war das Ace liegt jetzt hier auch oder sitzt auf das mittlere Seil Skarin nutzt es natürlich aus wie eine Wippe ja schlägt hier auf Ace ein da merkt man Ace ja Skarin hat ihn schon richtig getroffen da kommt jetzt ein Sublex in den Ring ja der kommt auf von Skarin ja Elbow hinterher ja Skarin setzt natürlich auch immer gleich nach ja da merkt man schon die Erfahrung von einem Skarin Skarin ja die Schläge kommen auch hinterher und Job von Skarin ja Skarin ja kleiner Blick zum Walsch als Saga aber konzentriert sich weiterhin hier auf Ace ja Daumen hoch dieser Move habe ich jetzt auch noch nie gesehen aber sehr sehr effektiv hier von Skarin ja da hat er Ace auf jeden Fall ein paar Einblicke unter dem Rock von Skarin und Back Sublex ja die Brücke gleich Cover 1 aber da kommt Ace auch schon mal raus ja Skarin diskutiert hier mit Double J Justin Justice ja kommt bis zu Death Valley Driver oder Fall Away Slam ja so ein F5 aber ja ist auch nur bis 2 da zeigt Double J an ja da kommt jetzt Ace schon zurück ja Skarin braucht das schon ein bisschen lang auch mit der Diskutierei mit dem Referee war vielleicht doch nicht so gut da kommt jetzt Ace zurück mit Jobs ja und da kommt auch der Tritt gegen den Rücken ja und Ace ist jetzt hier wieder im Match zurück ja da legt das sich auch mit dem Fans an aber das kennen wir von Ace aber was wird da in Zukunft noch kommen mit Ace World Child Saga Skarin und den Gürtel werden was wir ja auch vorhin gesehen haben Adit der natürliche Ansprüche haben will auf diesen Gürtel wird da noch was geschehen oder vielleicht auch Dave Blaine der ja unbedingt auch ein Gürtel haben will ein Titelmatch da müssen wir mal abwarten die nächsten Veranstaltungen was da noch geschehen wird ja und Ace weiterhin hier im Vorteil schlägt auch hier in der Ringecke auf Skarin 1 Skarin schubst ihn jetzt weg das war ein Kniestoß von Ace der hat gesessen Double J bisschen halbherzig zählt er jetzt da und Ace bearbeitet ihn weiter Skarin hier jetzt an den Seilen nicht erlaubt ja Double J erklärt Ace nochmal die Regel bei 5 ist es vorbei da kommt jetzt zurück aber nein Ace setzt weiter nach das Cover 1 2 da kommt aber Skarin doch noch raus da kann sich glaube ich Skarin auch doch so langsam befreien aber schafft er nicht ganz eine miese Aktion von Ace geht gegen die Auge von Skarin hat ja nur noch eins ja man man merkt auch dass wirklich dieses eine fehlende Auge Skarin doch zu schaffen macht Ace hier sehr im Vorteil ja zieht ihn jetzt auch hier im Gesicht kommt jetzt doch Skarin wieder raus elbows hinterher ja Back Suplex von Ace schön durchgezogen das Cover hinterher 1 2 wow also ja Double J ja es war doch nicht 3 aber war für mich schon ein schnell Count ich weiß nicht wie ihr das seht ja World Giant Saga ja weiß nicht ob sie doch noch in dieses Match eingreifen wird oder nicht bis jetzt macht sie keine anstalten aber ja sitzt immer noch hier in der Ring oder am Abram besser gesagt ja kommt jetzt ein DDT aber nein da kann sich Skarin befreien ja da kontert Ace und da kommt die Sweet Music von Ace ja zeigt es an vorbei 1 2 ja ich weiß nicht also Double J ja zeigt es an 2 aber vielleicht täusche ich mich auch also meiner Meinung nach zählt er vielleicht doch ein bisschen zu schnell als sonst ja und Ace setzt hier weiter nach Backflip Skarin weiß nicht wo er sich gerade befindet jetzt das Cover 1 2 und Skarin kommt wieder raus ja Ace kann es nicht fassen ja da diskutiert er mit Double J Justin Justice soll er unterlassen er muss weiterhin dranbleiben wenn er dieses Match hier gewinnen will ja und Skarin schafft es wirklich nicht hier wieder ins Match zurück zu finden ist es das Ende von Skarin ist es auch das Ende seiner Karriere bis jetzt sieht es natürlich danach aus und Ace setzt hier weiter nach aber jetzt Skarin schübs ihn hier noch weg Ace vielleicht noch falsch aufgelandet aber nein setzt jetzt hier wieder nach jetzt will er hier einen Superplex zeigen aber Skarin wehrt sich schubst ihn wieder weg jetzt hier ein Schlagabtausch aber Ace schmeißt hier Skarin aus Ring wir wissen von der letzten Veranstaltung was sich die zwei gezeigt haben außerhalb des Ringes wird sich das hier wiederholen aber es ist ja kein Hardcore Match ja da zeigt das an die soll weg gehen aber die wollen nicht jetzt muss die andere Seite weg ja da muss man schon ein bisschen aufpassen also zum Glück kündigt es noch an es soll sich auf den Fans keiner verletzen das schafft Ace jetzt nicht ihn durch die Bänke wie man hier sieht durch rassen zu können aber nein Skarin schafft es hier doch noch zu kontern ja da kommt er angesprungen gegen den Ring Pfosten ja das sieht man auch die Fans sehr nah dran hat man ja auch nicht immer bei allen liegen aber das ist ja auch so das schöne dran mittendrin statt nur dabei heißt es ja auch nicht umsonst aber klar beide Akteure jetzt wieder im Ring denn es ist ja wirklich kein Hardcore Match jetzt das Cover 1 2 2 wieder nur ein schnell 2 Count ja da zeigt das nochmal an vielleicht braucht Ace eine Beschreibung wie ein 2 bzw. 3 Count aussieht da kontert Skarin benutzt hier noch die Seile als Hilfe und da geht es gegen den Rücken ja jetzt der Skirp ne kein Skirp in das Lock ja da kommt auch dieser Schlag und das Cover 1 2 ja also jetzt mal ehrlich dieses Cover war ja doch langsam gezählt von Double Jay ich weiß nicht was da los ist muss man vielleicht nochmal genauer drauf achten aber jetzt ja Skarin kündigt an Brian Brain Buster kein Brian Buster Brian ist ja auch nicht hier der Referee ja da zeigt das an 2 und dann kam Ace wieder raus aus dem Cover ja Skarin klar kann es nicht fassen aber muss schon riesen Respekt vor Skarin der nur mit einem Auge wrestelt dass er noch so ins Match zurück findet ja da geht Ace schon auf dieses Auge drauf nicht sehr schön und fair von Ace aber ist es das Ende von Skarin hier bei Wrestling Switzerland von der Wrestling Welt oder kommt er wieder zurück ja Rocker Dropper von Ace 2 ja die Hand war zwar beim dritten Mal auf der Matte aber es war doch sehr sehr knapp man hat es ja gesehen es sah nach einem 3 count aus oder auf schweizerisch gesagt true count und er setzt auch hier nach er will natürlich seinen titel hier verteidigen und Powerbomb von Skarin war es das jetzt schon 1 2 3 das muss doch 3 gewesen sein also für mich sah es nach einem 3 count aus er zeigt an es war knapp aber das hätte doch 3 sein können der sieg für Skarin den titel wechsel da kommt world child saga rein mit dem kendo skarin aber was was macht double jada bindet sich hier die schuhe zu was ist denn hier los irgendwas stimmt doch nicht in diesem match world child saga greift ein eigentlich eine disqualifikation würde eigentlich auch keine titel wechseln bedeuten aber das cover 3 für mich immer noch etwas schneller gezählt von double jay just and justice und ace verteidigt hier seinen gürtel aber auf unfairer weise ja das sehen wir world child saga im ring und ace verteidigt hier seinen gürtel aber sehr sehr umstritten world child saga oh oh da hat man es gesehen double jay just justice jay leck drop noch von world child saga gegen ihren vater skaren aber w just and justice was Zeigt es an, hey, ich bin hier der Champion. Ja, da fordert es wieder Aded Aliya. Trete doch gegen mich an. Ob es dann so unfair verlaufen wird, muss man mal schauen mit einem Double J. Justin Justice. Könnte es natürlich sein, aber man hat es jetzt gerade kurz gesehen. Half dann Sigurdsson. Ja, Aded verlässt hier den Ring. Er will eigentlich nur diesen Titelmatch. Aber half dann Sigurdsson. Wird er sich jetzt gegen Skarin rächen? Hat hier auch einen Kendo-Stick mit in den Ring genommen. Aber was wird jetzt hier passieren? Wird sich half dann Sigurdsson rächen? Ja, das sind wir doch echt mal gespannt. Was hat er jetzt vor? Oh, da wird auch von ein paar Fans aufgefordert. Hau zu, macht er. Nee, macht er doch nicht. Täuscht es nur an. Ja, wirkt da ihn jetzt? Nein. Oh, schöne Geste hier von Half dann Sigurdsson. Hilft hier Skarin hoch. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich von dieser Veranstaltung. Von Winterstruggle 2023. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und das sage ich schon mal von meiner Seite. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bravo.